Hallo, hallo, hallo! Hier ist ein neuer Sportvlog heute bei den Taunusfeilern in Itzstein. Die Tiziana, die trainiert heute. Man sieht schon, ich bin nach dem Training zwar jetzt schon, aber was ich heute trainiere und wie wir das machen und wie die Tiziana mich schlaucht, das seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Los geht's! Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.